Es ist passiert. Es gab ein Update für einige Waffen in Warzone 2 und MW2 und nach 100 Tagen RPK und Fennec-Meter wurden diese Waffen endlich gepatcht. Die RPK ist immer noch gut, die Fennec ist aber auf jeden Fall keine Nahkampf-Meter mehr und wurde vom Thron gestoßen. Was an der Fennec gemacht wurde, ist erstmal, dass der Schaden auf Reichweite reduziert wurde. Also die Waffe ist auf Entfernung nicht mehr so gut. Das gilt für MW2, für den Multiplayer und für Warzone. Und dann gab es noch eine Änderung speziell für Warzone und da wurde der Schaden gegen Rüstung reduziert. Und man braucht jetzt zwei weitere Kugeln, um eine Dreierrüstung zu brechen. Und True Game Data hat tatsächlich auch schon einen kleinen Test durchgeführt. Das hier sind die Stats, ist jetzt hier ein bisschen falsch benannt oben. Man hat hier die rote Linie, das ist die Fennec nach dem Update und unten die orange Linie ist vor dem Update. Und man kann schon sehen, dass die Time to Kill im Nahkampf auf jeden Fall um 100 Millisekunden nach oben geschraubt wurde. Auf Midrange ist die Time to Kill auch viel höher, von 600 auf ungefähr 800 Millisekunden. Und auf Entfernung ist die ganze Sache dann eben auch noch höher. Das heißt, die Fennec hat in manchen Situationen bestimmt noch eine Daseinsberechtigung. Es ist aber keine Waffe mehr für den Nahkampfmeter. Und da würde ich aktuell eher die MP5 zum Beispiel testen. Da gibt es auch eine schöne Klasse auf meinem Kanal. Ich würde sagen, die MP5 ballert im direkten Nahkampf aktuell auf jeden Fall besser rein. Dann wurde auch die RPK verschlechtert. Hier wurde der anfängliche vertikale Rückstoß erhöht. Also wenn man die Waffe das erste Mal schießt, dann kickt sie ein bisschen stärker nach oben. Der horizontale Rückstoß wurde erhöht. Das ist der Rückstoß links-rechts, der sich nicht so einfach kontrollieren lässt. Also hier kann man überlegen, ob man jetzt mit irgendwelchen Aufsätzen dagegen steuert. Und die Schadensbereiche wurden reduziert. Also die RPK ist auf jeden Fall schlechter gemacht worden. Ist aber, soweit ich es jetzt gesehen habe bei anderen Leuten, immer noch eine Waffe, die man gut spielen kann auf Entfernung. Das sorgt jetzt aber eben dafür, dass andere Waffen besser gegen die RPK ankommen. Ein guter Schritt. Die Castoff 762 wurde auch ein bisschen verschlechtert. Hier wurden die Schadensbereiche reduziert. Bei der ISO Hemlock wurde die Blackout-Munition, ja, gefixt kann man eigentlich sagen. Diese 300 Blackout-Munition hatte eine so hohe Kugelgeschwindigkeit, dass die Munition praktisch Hitscan war. Also die Kugeln sind sofort beim Gegner angekommen. Man musste nicht mehr vor-aimen auf Entfernung. Das wurde gefixt, das war nicht so gedacht. Mit der F-Tech Recon ist man jetzt ein bisschen schneller unterwegs, wenn man sprintet und die Waffe eben in der Hand hat. An der Lachmann 762 wurde auch ein bisschen rumgedoktert. Die Schadensbereiche wurden erhöht. Dann ist man allerdings beim Anvisieren ein bisschen langsamer mit der Waffe unterwegs. Also wenn man gerade anvisiert und eben einfach ein bisschen läuft, links-rechts läuft zum Beispiel, also strafet. Dann ist man allerdings ein bisschen schneller unterwegs mit der Waffe, wenn man sprintet. Die minimale Hüftstreuung ist ein bisschen besser. Aber die Hüftstreuung, wenn man sich bewegt, ist jetzt höher, also schlechter. Bin sehr gespannt, wie sich die Waffe jetzt spielt. Bei der SO14 ist man ein bisschen schneller unterwegs, wenn man die Waffe in der Hand hat. Also die Laufgeschwindigkeit wurde verbessert. Und die Tech V, die wurde nochmal verschlechtert. Man hat jetzt weniger Schaden im Nahkampf und auf Entfernung. Die Kugeln fliegen langsamer, also man muss ein bisschen weiter voraimen, zum Beispiel, auf wirklich großen Distanzen. Und man bewegt sich langsamer, wenn man mit der Waffe unterwegs ist. An der Feuermunition wurde auch ein bisschen was gemacht. Und das zurückbleibende Feuer kann keine Gegner mehr killen und kann keinen Rüstungsschaden mehr verursachen. Und was damit gemacht wurde, ist, dass das Sniper-Problem, das wir hatten, seit dem letzten Update, gefixt wurde. Was jetzt nicht mehr funktioniert, ist, dass man mit der Feuermunition eine One-Shot-Headshot-Sniper baut, die es ja jetzt für einige Zeit gab. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Zum einen ist es natürlich nervig, wenn man doof gesnipet wird auf Entfernung. So ein bisschen vermisse ich aber auch diese absoluten Hype-Clips, die es auf jeden Fall gab bei Warzone 1. Also mal schauen, ob das irgendwie eine Sache ist, die wieder zurückkommt, irgendwann in der Zukunft. Ich weiß, dass Infinity Ward auf jeden Fall vorhat, oder Raven Software, ich bin mir nicht sicher, welches Studio. Eins von den beiden Studios hat auf jeden Fall vor, eine Playliste rauszubringen für Warzone 2, in der man wieder mit einer Sniper-One-Shot-Headshotten kann. Das ist dann so eine Art Test, kann man sagen. Und je nachdem, wie dieser Test ankommt, wird vielleicht nochmal was geändert an den Snipern. Müssen wir mal schauen. Aber so ein Modus ist auf jeden Fall geplant. Dann gab es so noch ein paar Änderungen und Bug-Fixes für Warzone 2. Eine Änderung zum Beispiel, die schon vor ein paar Tagen online gegangen ist, ist, dass man jetzt mehr Platten finden kann auf Ashika Island, was eine wirklich gute Änderung ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt auf jeden Fall mehr Platten gibt. Ich finde trotzdem immer noch, dass Gegner irgendwie zwei Platten fallen lassen sollten, wenn man sie killt. Ich glaube, das wäre der bessere Fix. Ich glaube auch nicht, dass das dafür sorgen würde, dass es plötzlich zu viele Platten gibt. Mal gucken, ob da noch irgendwas geschraubt wird. Dann ist es so, dass einige Gegenstände auf Ashika Island bewegt worden sind für eine bessere Deckung. Da weiß man leider nicht genau, welche Gegenstände, aber ein bisschen was wurde hin und her gestellt. Also irgendwelche Kisten und irgendwelche Fässer, die irgendwo rumstehen. Außerdem wurden einige Kollisionsprobleme behoben. Also man sollte jetzt nicht mehr so oft an irgendwelchen Gegenständen hängen bleiben, weil die eine zu große Hitbox haben. Und ich hoffe, das behebt auch das Problem, dass man irgendwo reinglitschen kann, weil die Hitbox kaputt ist. Was mir schon ein paar Mal passiert ist, ist, dass ich in der Kaufstation hängen bleibe. Wenn man einen Hechtsprung macht auf eine Kaufstation, die im Hechtsprung aktiviert, dann glitscht man einfach in dieser Kaufstation. Ich glaube, dass die Kaufstation für einen ganz kurzen Moment keine Hitbox hat, wenn sie sich ausklappt und dann direkt wieder eine bekommt, wenn sie ausgeklappt ist. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Ist mir, glaube ich, schon zwei, dreimal passiert. Man will natürlich schön schnell zur Kaufstation. Und deswegen mache ich da immer den Dolphin-Dive hin und ja, dann hängt man wieder drin. Ich hoffe, das ist auch behoben. Das wurde jetzt aber nicht explizit angesprochen. Dann gab es wohl irgendwie ein Problem, dass man die Loadout-Drops nicht ausrüsten konnte, wenn man die gekauft hat an einem Shop. Der wurde behoben. Der Maisgesuch-Timer auf Ashika Island hat anscheinend vier Minuten angezeigt, obwohl er eigentlich nur drei Minuten lang ist. Dann ist es so, dass man im normalen Battle Royale manchmal den 2-gegen-2-Gudag wieder zurück hatte. Das war irgendein Bug. Der wurde behoben. Und manchmal wurde anscheinend die Platzierung des eigenen Trupps falsch angezeigt. Da stand dann einfach immer 155, obwohl man es vielleicht weiter geschafft hat. Am Multiplayer wurde auch ein bisschen was gefixt. Der Report nach einer Runde hat anscheinend manchmal ein paar Sachen nicht angezeigt. Das sollte jetzt gefixt sein. Auf Embassy, auf der Karte, wurden einige Kollisionsprobleme behoben. Also auch da ist man manchmal irgendwo doof hängen geblieben. Das sollte nicht mehr funktionieren. Auf Farm 18 gab es anscheinend, wenn man infiziert gespielt hat, einen Out-of-the-Map-Glitch. Also man konnte die Karte verlassen, was natürlich bei einem Modus wie infiziert ein bisschen ärgerlich sein kann, wenn man die Gegner einfach nicht mehr findet. Das ist ein Problem, das behoben wurde. An Liga wurde auch ein bisschen was gemacht. Manche Spieler haben da eine zu harte Strafe bekommen, fürs zum Beispiel Quitten oder weiße Futter von Internet haben und rausgeleckt sind. Diese Strafen wurden jetzt eben wieder angepasst. Man bekommt jetzt nicht mehr diesen Bug mit einer zu hohen Strafe. Und dann ist es so, dass Spieler manchmal einfach für Inaktivität gekickt worden sind, obwohl sie eigentlich spielen und sich bewegen und rumspringen und einfach snipen. Und das wurde auch gefixt. Also da wird man jetzt nicht mehr einfach gekickt, nur weil man ein bisschen anders spielt. Zum Beispiel, weil man ja nach dem Spawnen die Sniper ausrüstet, ein paar Meter nur läuft und irgendwas up-aimt. Das ist ja gerade in Liga eine Sache, die man auf jeden Fall machen sollte in manchen Situationen und das ist jetzt eben kein Grund mehr für einen Kick. Keine Ahnung, was da genau an war, was für ein Algorithmus da erkannt hat, dass man gerade nichts macht. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu diesen Änderungen sagt. Ich finde absolut verrückt, dass wir jetzt einfach 100 Tage lang eine Fennec- und RPK-Miete hatten. Also die beiden Waffen waren bei Release von Ransom 2 die besten Waffen und waren die besten Waffen bis gestern. Absolut verrückt. Ich bin gespannt, was jetzt die Nahkampfmeter sein wird. Aber wie ich eben schon meinte, ich glaube die MP5 hatte wirklich, wirklich gute Chancen. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr zu dieser ganzen Sniper-Sache sagt. Findet ihr, Sniper sollten One-Shot-Headshotten oder findet ihr, das sollte so bleiben, wie es aktuell ist. Also dass man die Leute einfach nur wirklich, wirklich weak schießt. Schreibt mir das in die Kommentare. Das war es an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.